ARD Text im Auftrag von Funk Wir kommen hier so krass durch, Alter So krass, wo wir hier durchkommen Wuuuuh Äh, ähm Lisa, was tust du? Was? Wo bin ich? Ich bin oben! Will nicht hoch Oster Ich bin oben! Hier! Was? Dankeschön Äh Oh Gott Ah Ah Oh my goodness Die Kanone, wa? Das ist natürlich Ist gefährlich Kleines Arschloch Weil ich ganz gut hier stehen bleibe Dann siehst du wenigstens was du da Das bedeutet nicht, dass ich es kann Was? Was? Warte, ich werf dich mal nach oben Oh, halt, das ist das Falsche Hier ist nix Wie, da kannst du nicht Äh? Uah 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 Dankeschön Uah Sehr gut Sehr gut Alles gut, mir geht's voll gut Uah Dankeschön Oh, das ist Oh, das ist close Oh Oh, falscher Knopf Autsch Falsche Säge Oh, das geht schnell Ja jetzt und nochmal die ganze Schose Oh Gott Oh Gott, das bedeutet immer, wenn diese Kreissäge nur ist, sind die Dinger da Oh 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 Oh, wie heftig rüber Oh Uah Oh, ich muss an die Wolken Ah Oh, cool, danke Ah 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 Was hast du jetzt getan? Nix passiert, das ist gut Oh Diese Kack-Sägeblätter Oh Tschüssi Isa Everything happened, everything's fine Komm schon Komm schon Isa, du schaffst das Uzaaa 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 Sehr gut Oh my goodness, gracious Halt ich da bloß fest, wollt ich grad sagen Und dann musst du gegen das Ding da und dann Au Nein, das ist nicht richtig Aaaaaa Ja Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft Du hättest auf die Steine gekotzt Sam Isa Mach doch nichts rund Quatsch Eee Komm schon rüber Oh hier oben sind Nein, nein Isa Du darfst jetzt nicht sterben Du musst nochmal oben links in die Ecke gehen Ok Okay Aaaaaaah Bogoo Oh Bobobom! Nein! Okay, aber ich kann Dich dann nach oben werfen Und in die Richtung Am Besten in die andere Richtung Aaye Nein! Mann, Mann! Die Blöde Gou hält dich einfach an die Fälle Weil der da auf den Pupf bringt. Komm schon. Sehr gut. Ja, 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 ja. Okay, da... Maximal ist da halt nur noch einer. Und zwar ganz oben links. Nee, der ist gar nicht mehr. Au, komm. Oh, pump genau rein. Au. Zeiche Pro-Fies. Komm rüber. Ich bin hier gespannt. Warum? Das ist doch... Da oben mal einer. Ich hab ihn. Ich bin tot. Wieso bist du da? Oh, Gott. Halt dich fest. Halt dich fest. Oh, danke. Oh. Voll gut. Oh, Mann. Oh. Oh, Mann. Oh. Oh, Mann. Ich glaub, wir haben es. Oh, scheiße. Ja, aber ich... Oh, Mann. Ist das gut. Ist der ganze Scheißweg nochmal. So ein Kackbrauch. Ist das schön. Ich sag, wo geht's denn dahin? Oh. Das ist so gut. Das ist so gut. Professionell. Die wird durch alles einfach nur sterben. Oh. Oh, mein Gott. Das ist großartig. Oh. Oh, nein, nein. Tut mir leid. Oh, nein, nein. 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 J Mhm. Boah. Killoo. Poeten. Jetzt aber. Ah. Ah. Sehr gut. Oh. Nein. Dieses Spiel... War das schon immer so schwierig? Waren wir schon immer so... Das sind doch aber noch die Anfangs-Level. Ja, aber das siegten Levels. Man geht ja davon aus, dass das Spiel in einem Rutsch durchzuspielen ist. Mhm. Mhm. Ich glaube, die haben wir tatsächlich irgendwie alle schon mal gemacht. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Sonst wäre ja da ein Haken dran gewesen. Der war ja nicht da. Doch, war ja irgendwie. Und die waren ja auch nicht verschlossen. Einfach zum Warmwerden, zum Warmwerden, zum Warmwerden. Warum? Die Pfeile verwehren mich. Voll dem Checkpoint. Hier geht's nicht lang. Hier geht's doch lang. Oh. Uh. Ah. Oh. Sekunde. Ja. 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 Sehr. Ich bleff nicht rüber. Ich bleff nicht rüber. Warte. Nein, da haben wir die Waffe. Jetzt ist es schlecht. Jetzt. Nein, doch nicht. Ah. Ah. Jetzt aber. Yay. Yay. Go Isa. Go Isa. Go Isa. Go. Go Isa. Go. Yay. Ich glaube, da müssen wir nachher hin. Hm, Stück für Stück müssen wir das hier freiräumen. Dann mal nach rechts. So. Ich glaube, ich gehe es jetzt. Ja. Das war... Oh. Ah. Oh, verzeihung. Das ist zu mir leid. Hahahaha, zu mir leid. Waaah. 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 Sehr gut. Da unten müssen wir unsichtbare Steine sein. Wie kommt man denn da ran? Das ist nicht. Das ist nicht. Du und ich. Waaah. Ich komme dann mal wieder da ran. Alles ja gemein. Wie da runter, nein. Was? Diese... Darf ich... Ich habe irgendwas gemacht. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich sehe nichts mehr. Was ist los? Ich komme da nicht rüber. Ah. Wo bin ich? Waaah. Ah. Wo bin ich? Jetzt bin ich da. Hier geht's nirgends... Au. Hier geht's nirgends lang. Oh. Ah. Nee, nee. Das habe ich draufgeschubt. Okay. Genau. Ähm. Hier haben wir... Ah. Ja. Danke. Du musst an der Glitsche bleiben. Ah. Bleib mal an der Glitsche. Bleib mal an der Glitsche. Ja. Weiter. Schnell wieder an die Glitsche. Vor der Glitsche. Vor der Glitsche jetzt. Ja, ja. Oder so rüber. Nicht sterben. Oh nein, Glitsche. Bleib mal an der Glitsche. Bleib mal an der Glitsche. Ah. Sliden. Nein. Du musst sliden. Ah. 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 Oh. 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 Ah. Oh. Ah. Ich bin schnig. Ah. Ich bin schnig. Ja, das geht nicht. 500��. Ah. 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 Geht jetzt gedacht, wenn du unten gespawnt wärst. Ja, ich auch. Dörf nicht. Komm, dürfte ich einfach. Geil. Äh, ne, das geht nicht. So springe von meinem Kopf ab. Ahhhh. Ah! 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 Sehr gut! Oh! Wie sie das gemacht hat! Wie eine junge Göttin! Oh wie gut! Ja! Mh mh! Ei! Oh! Ah! 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 We did it! That was easy! So easy! Unbelievable! So easy! Oh my gosh! Awesome ship! Wow! Ja, das Wollknäufer irgendwie versteckt. Ja, das... Also nicht versteckt versteckt, sondern ein versteckter Zugang, ja. Weiß ich auch nicht, wie man da reinkommt. Ah! Pops am Pops! Ah! Da muss man da unten an das Links und wieder rüber. Ja! Geil! Wo komm ich jetzt raus? Oh! Hier! Hi! Hallo! Boah Ira! Das ist... Ähm... Ja! Äh... Da musst du mich mal werfen. Ja! Kannst du rüber. Fiii... Dankeschön! Damit hat er hier recht schnell! Bis zu spät! Bis zu spät! Ah! Ach so! Ah! Das ging da unten! Ja! Ich... Hilfe! Okay, ich versuch mal... Nein! Ah! Ah! Well then! Hallo! Ich weiß es nicht! Da oben ist noch ein Game! Ich weiß noch nicht, wie man da rankommt! Auch! So nicht! So nicht! Hm... Auuuutschi! Oh mein Kopf! Ja, die müssen wir erst die Dinger deaktivieren, bis wir da rankommen! Ach ja, stimmt! Da sind ja wieder die Aufrufegezeichen-Dinger! Oh! Ja! Au! Ja! Ha! 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 Das ist von hier! Scheiße! Au! Was? Ich hab überhaupt nicht im Segelblatt! Ja, meine sehr... Weite Hitbox! Au! Ha! 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 Das geht so einfach, wenn du zwischendurch einfach springst! Ha! 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 Warte mal, gibt's hier keine Secret? Gibt's doch bestimmt irgendwelche Secrets? Secrets! Gibt's keine Secrets immer! Ich bin... Ich bin... Enttäuscht! Traurig! Äh... Willst du mich hochwerfen? Oder willst du mich die Amme nur irgendwie rumwerfen? Ne, doch! Ah! Warte, 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 warte! Ne! Ja! Oh! Ah! Ah! Oh, die... Da kommen ja dann die Kätzchen raus! Oh! Okay! Au! Ah! Boah! Hast du die da runter genatzt! Voll gut! Die hat's nicht anders verdient, ey! Jetzt ist das alles offen! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt... Jetzt krieg ich hier Kätzchen-Kloppe! Sehr gut! Was ist? Ah! Double Kill! Wah! Ah! Nein! Oh, was? Ich... Ich war Jesus! Au! Ich nicht! Das war das Kätzchen! Hast du geraßt! Boah! Nein! Ah! Arschloch! Kätzchen! Hör auf damit jetzt! Ich mach das jetzt noch tot edes es mich kaputt leckt. Oh cool! Es ist tot! Lisa, was hast du gerade getan? Ich... will hoch! Okay! Hahahah!! Au, verdammt! Flua!!! Hilfe! Ich stecke in einem Flua fest! Hu! Well, what I do is. Ah, ich hab den Letzchen! Hast du ein Letzchen? Ich hab den Dings, den... Guck mal, wenn du, wenn du... Warte, guck mal her. Wenn du brennst? Nein, nein, nein. Wenn wir beide brennen. Ja, komm ins Wasser, Schweiß. Und nur einer überlebt. Schön. Au! Du alte... Jetzt müssen wir jetzt auch wieder zurück... Nein, nein. Nein, nein. Ah! Was macht denn da das Wegeblatt jetzt da unten? Irgendes Mond da. Ah! 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 Scheiße! Vorhin bin ich da so gut durchgekommen. Ja! Also, auch wenn ich's nicht war. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Cheat Engine! Komm gleich nach, Fronain! Komm gleich nach, Fronain! Äh, ähm... Komm gleich nach, Fronain!